Hallo zusammen! Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. In diesem Video wollen wir uns mit dem Thema Sonnenwänden beschäftigen. Und wir haben uns hierfür etwas Besonderes überlegt. Dieses Video ist nämlich eine Kooperation mit dem YouTube-Kanal Igis Kosmos. Das heißt, dass der liebe Andreas von Igis Kosmos in diesem Video über die Wintersonnenwände sprechen wird. Und auf seinem Kanal erkläre ich euch dann die Sommersonnenwände. Doch bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, sollten wir ein paar grundlegende Dinge klären. Los geht's! Wie ihr hoffentlich alle wisst, befindet sich die Sonne im Mittelpunkt unseres Sonnensystems. Sie ist unser Zentralstern, ohne den es ganz schön kalt und auch dunkel wäre. Doch zum Glück gibt es ja unsere Sonne. Die Erde, genauso wie alle anderen sieben Planeten, umkreisen die Sonne. Eine Sonnenumrundung entspricht dabei einem Jahr auf dem jeweiligen Planeten. Die Erde braucht dafür ungefähr 365 Tage. Außerdem drehen sich die Planeten um ihre eigene Achse. So entstehen Tag und Nacht. Bei der Erde sind es ungefähr 24 Stunden, die sie braucht, um ihre eigene Achse zu rotieren. Die Planeten, auch unsere Erde, bewegen sich allerdings nicht in kreisrunden Bahnen um die Sonne, sondern vielmehr auf Ellipsen, also ovalen Bahnen. Das hat zur Folge, dass sich der Abstand zwischen der Sonne und einem Planeten, zum Beispiel unserer Erde, im Laufe eines Jahres verändert. Erreicht unsere Erde ihren sonnennächsten Punkt, spricht man vom Perihel. Ihren sonnenfernsten Punkt nennt man Aphel. Kleine Quizfrage. Wann ist die Erde der Sonne am nächsten? Im Sommer oder im Winter? Wisst ihr's? Im Juli ist der Abstand zwischen Sonne und Erde am größten. Im Januar hingegen am kleinsten. Doch warum ist es dann, zumindest bei uns auf der Nordhalbkugel, im Januar kalt bzw. Winter und im Juli warm bzw. Sommer? Um das zu verstehen, werfen wir einmal einen Blick auf die Erdachse. Diese steht nicht wie hier im 90-Grad-Winkel, also senkrecht, auf der Umlaufbahn um die Sonne, sondern ist um 23 Grad gekippt. Die Erdachse ist also schräg. Und wir haben gerade schon geklärt, dass sich die Erde im Laufe eines Jahres einmal um die Sonne bewegt. Da sich dabei der Winkel der Erdachse zur Umlaufbahn nicht verändert, treffen die Sonnenstrahlen im Laufe eines Jahres in unterschiedlichen Winkeln auf die Erdoberfläche. Betrachten wir einmal die Nordhalbkugel, denn auf der befinden wir uns ja schließlich. Sind Nordpol und Nordhalbkugel zur Sonne hingeneigt, werden sie von entsprechend viel Sonnenlicht und Wärme erreicht. Es ist also Sommer auf der Nordhalbkugel. Für die Südhalbkugel gilt das Ganze übrigens genau umgekehrt. Ihr seht also, dass die Jahreszeiten auf der Erde nicht davon abhängig sind, wie nah die Erde der Sonne ist, sondern davon, welche Halbkugel jeweils zur Sonne hin bzw. von der Sonne weg geneigt ist. Zweimal im Jahr finden sogenannte Sonnenwenden statt. Zu Beginn des Winters und zu Beginn des Sommers. Man könnte auch jeweils vom kürzesten bzw. längsten Tag des Jahres sprechen. So, lieber Andreas, jetzt bist du dran. Sag mal, wie ist denn das jetzt eigentlich mit dieser sogenannten Wintersonnenwende? Die Wintersonnenwende findet jährlich am 21. Dezember statt und markiert den kalendarischen Winteranfang auf der Nordhalbkugel. Dieser Tag ist jener mit der kürzesten Tages- und mit der längsten Nachtzeit. Am 21. Dezember ist also jener Tag, an dem die Sonne am kürzesten scheint. Interessant ist, dass sich die Erde an diesem Datum nur ca. einen Monat vor ihrem Perihel befindet, also den Punkt ihrer Umlaufbahn mit der kürzesten Entfernung zur Sonne, nämlich 147 Millionen Kilometer. In ihrem Aphel, ihrem sonnenentferntesten Punkt, liegt die Erde nur 4 Millionen Kilometer weiter entfernt, 151 Millionen Kilometer. Dazu machen wir mal einen kleinen Exkurs, bei dem ich eure Hilfe brauche. Könnt ihr den Unterschied zwischen der geringst und größtmöglichen Entfernung der Erde von der Sonne unterscheiden? Schauen wir uns das mal in Space Engine an, dem Weltraumsimulationsprogramm, das ich nahezu in jedem meiner Videos benutze. Also, ich habe euch jetzt hier in den Stellen das Perihel und einmal das Aphel gezeigt. Und folgende Stelle ist das Perihel und folgende Stelle ist das Aphel. Ihr seht, es gibt quasi keinen Unterschied. Es gibt zwar 4 Millionen Kilometer Differenz von der Erde zur Sonne an ihrem Aphel bzw. an ihrem Perihel, doch wenn wir das Ganze aus der Vogelperspektive betrachten, meinen wir, dass die Erde in einer kreisrunden Bahn um die Sonne kreist. Die Neigung der Erde von 23 Grad hat übrigens zur Folge, dass sie auf ihrem Weg um die Sonne zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich starker Sonneneinstrahlung beispielsweise auf der Nordhalbkugel ausgesetzt ist. Das führt dazu, dass auf der Nordhalbkugel Sommer ist, obwohl die Erde am weitesten entfernt ist von der Sonne und umgekehrt. Das haben wir ja schon festgestellt. Der Tag der Wintersonnenwende, der 21. Dezember, markiert also nicht den Tag der größten Entfernung, sondern der geringsten Sonneneinstrahlung. Ein Mensch, der sich am nördlichsten Punkt der Insel Sylt befindet, hat nur 6 Stunden und 54 Minuten Sonnenlicht an diesem Tag. Würde man sich jetzt weiter nach Norden in die skandinavischen Länder begeben, würde diese Zeit an diesem Tag deutlich abnehmen. Bewegte man sich jedoch südlich, beispielsweise zum südlichsten Punkt Deutschlands, zum sogenannten Haldenwanger Eck, in fast 2000 Metern Höhe, hätte man bereits 83 Minuten länger Tag. 8 Stunden und 17 Minuten würde hier der Tag der Wintersonnenwende dauern. Wir schauen uns nun mittels Space Engine an, welchen Einfluss die Neigung der Erdachse auf die Länge des Tages auf der Nordhalbkugel hat. Ihr seht, dass die Erde, wenn bei uns Sommer auf der Nordhalbkugel ist, deutlich länger Sonnenschein erhält, als wenn jetzt Winter herrscht. Es hat also, wir sehen das jetzt tatsächlich hier in dieser Simulation, nichts mit der Intensität der Sonneneinstrahlung zu tun, sondern eher mit der Dauer. Die Wintersonnenwende war seit jeher ein besonderer Tag für viele verschiedene Kulturen. In Skandinavien wird das Glöckfest zusammen mit Familie und Freunden gefeiert. Es ist interessant, wie die Neigung der Erdachse nicht nur zu unterschiedlichen Bräuchen bei Menschen führt, sondern, wie sie auch, so theoretisieren viele Wissenschaftler, wahrscheinlich die Entwicklung komplexen Lebens möglich machte. Wir verdanken der Erdrotation also nicht nur ein rauschendes Fest, sondern unser aller Leben. Das nächste Mal, wenn die Wintersonnenwende geschieht, erheben wir alle unser Glas und trinken einen Glühwein auf die Erde. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, gehabt euch wohl, lebt lange und in Frieden. Tschüss!